Hi, schön, dass du da bist. In diesem Video lernst du das Periodensystem näher kennen. Die Fragestellung dieses Videos lautet, wie hängen das Borsche Atommodell und das Periodensystem der Elemente miteinander zusammen. Solltest du noch nicht wissen, wie das Atom nach dem Borschen Atommodell aufgebaut ist, dann schaue dir zunächst das Video dazu an. In dem Video hatten wir uns insgesamt fünf Atome angeschaut und auch schon festgestellt, dass diese im Periodensystem der Elemente zu finden sind. Anhand dieser fünf Atome werde ich nun den Aufbau des Periodensystems erläutern. Das Periodensystem ist dem Borschen Atommodell entsprechend aufgebaut. Wenn du einmal ganz oben links schaust, siehst du das Wasserstoffatom mit der Ordnungszahl 1. Ordnungszahl 1, weil Wasserstoff über ein Elektron verfügt. Ganz rechts siehst du Helium mit 2. Die erste Zeile, nennt man auch Periode, entspricht der ersten Schale des Atoms, also der sogenannten K-Schale. Ich habe die Zeile ganz links mit einem K beschriftet. Dies ist in nicht jedem Periodensystem so. Manchmal steht dort auch eine 1 oder eine römische 1. Gleichzeitig ist mit Helium die K-Schale voll und damit sind wir auch am Ende der ersten Zeile. In der zweiten Zeile links folgt Lithium mit der Ordnungszahl 3. Bei Lithium gab es ja nun eine zweite Schale, die L-Schale, die mit einem Elektron besetzt wurde. Dementsprechend sind wir im Periodensystem nun auch in der zweiten Zeile. Nun steigt rechts von Lithium die Ordnungszahl jeweils um 1 weiter an, bis wir ganz rechts zu Neon gelangen. Du erinnerst dich? Neons zweite Schale war mit 8 Elektronen voll. Entsprechend sind wir am Ende der Zeile angekommen. Für das nächste Element rutschen wir entsprechend wieder in die nächste Zeile bzw. in die nächste Schale. Dies ist unser bekanntes Natrium, das ja die M-Schale mit einem Elektron besetzt hatte. Bis hierhin haben wir schon verstanden, dass die Zeilen bzw. die Perioden gleichbedeutend mit den Schalen sind. Es gibt aber auch noch mehr abzulesen. Vielleicht hast du es auch schon erkannt. Betrachte die Elemente Wasserstoff, Lithium und Natrium und betrachte die Anzahl der Elektronen auf der össersten Schale. Alle diese Elemente haben die äußerste Schale mit einem Elektron besetzt. Wie du siehst, befinden sich alle drei Elemente in der ersten Spalte des Periodensystems. Man sagt auch in der ersten Hauptgruppe. Sie ist in der Regel durch eine römische 1 markiert. Entsprechend hat Neon in der achten Hauptgruppe, gekennzeichnet durch eine römische 8, 8 Elektronen auf der äußersten Schale. Einen kleinen Spielverderber gibt es ja immer. Dieses Helium. Helium ist das einzige Element, für das das System nicht funktioniert. Die Schale von Helium ist zwar voll, aber Helium hat nur zwei Außenelektronen. Also merke, Helium steht zwar in der achten Hauptgruppe, hat aber nur zwei Elektronen. Nehmen wir als letztes, aber neues Beispiel das Element Sauerstoff, um das Gelernte einmal zusammenzufassen und anzuwenden. Gehen wir mal auf die Suche nach dem Element Sauerstoff. Sauerstoff hat das Elementsymbol O und die Ordnungszahl 8. Schon gefunden? Ordnungszahl 8 hieß ja, dass es 8 Elektronen und 8 Protonen hat. Sauerstoff befindet sich als Tipp nochmal in der zweiten Periode, also in der zweiten Zeile des Periodensystems. Damit verfügt Sauerstoff über die ersten beiden Schalen, also die K- und die L-Schale. Außerdem befindet sich Sauerstoff in der sechsten Hauptgruppe, also in der Spalte, die mit der römischen 6 markiert ist. Das bedeutet, dass Sauerstoff sechs Elektronen auf der zweiten Schale hat, also der L-Schale. Die beiden übrigen Elektronen sitzen ja auf der K-Schale, ganz innen. Okay, wenn du nun alles verstanden hast, dann kannst du mithilfe des Periodensystems den Aufbau eines Atoms nach dem Bohr'schen Atommodell beschreiben. Wenn du noch unsicher sein solltest, dann könntest du das Video erneut schauen, Übungsaufgaben machen oder jemanden fragen, der dir helfen kann.